Hallo Leute, ja, da unten steht unsere Rakete, hier oben steht der Klotz-Forschungsstand und da rechts ist noch einer und wir haben kein Grafit, das ist gerade unser Problem. Jetzt müssen wir eigentlich schauen, dass wir Grafit kriegen, damit wir die verpacken können, weil anders funktioniert das jetzt gerade nicht. Das ist ein bisschen doof gelaufen, würde ich sagen. Aber so brauchen wir gar nicht anfangen, dass wir da irgendwo hinfliegen oder so. Das kann alles auf dem Anhänger bleiben. Ja, wir sind nochmal auf dem Weg, um was zu finden, oder? Anders geht's ja gar nicht. Mal schauen, dass wir hier irgendwo was finden. Jetzt geht die Sonne wieder unter, da siehst du sowieso schlecht, das ist auch doof, ne? Ich weiß nicht. Ich sag mal, wir spielen das Intro und gucken dann weiter, oder? So. Fast abgestürzt. Jetzt ist die Frage, was machst du jetzt hier? Können wir da hochfahren? Weiß ich gar nicht. Sind wir da schon mal hochgefahren? Ich glaube nicht, ne? Komm, das machen wir erstmal, dass wir da hochfahren können. So. Äh, ja. Äh, eh. War ist das schon so, oder du? Ich glaube ja, ne? Okay. Fahren wir da mal rein. Äh, doch, die Verbindung steht noch. Vielleicht sollten wir hier nochmal absteigen und nochmal ein bisschen was ändern. Und wieder aufsetzen und jetzt können wir hier weiterfahren, oder? Hier ist ein unwegsames Geländer jetzt, ne? Aber ich weiß gar nicht, ob wir hier schon mal waren, oder nicht waren. Hauptstopp, da geht's ein Loch rein. Stell mal ab. Von Hand erkunden. Hier haben wir den Berg hoch, da ist. Zinkblende ist das wahrscheinlich, ne? Ne, gemischt. Aber da ist es auch Zinkblende dahinter. Kann auch noch sein. Irgendwie habe ich jetzt einen Knacken in der Leitung. Ich hoffe, das stört nicht. Tja. Ich hoffe, der Ton ist sauber. Äh, Grafit? Glaubst du doch nicht, oder? Hier soll Grafit sein. Alter. Wir haben's. Wir haben's gefunden. Reiner Zufall. Und dass ich da drauf gehalten habe und es da ist, das ist auch schon ein Wunder. Mann, 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 Mann. Ja, komm. Das ist schon voll, der Rucksack. Mit einem, weil der lauter Harz dran ist, war jetzt hier auch Harz bei? Nein, ne? Hab ich das vergessen, leerzuräumen, oder was? Das ist ja der Hammer jetzt, oder? Nicht runterfallen. Du musst auf den Anhänger. Ich bin im Rucksack jetzt schon voll. Mach nochmal Rucksack auf. Ja, da sind schon zwei Grafit drin. Ja, jetzt müsste man hier noch einen Marker setzen können, ne? Im Rucksack hab ich keinen, oder? Das hier ist Erde. Und das da ist eine Batterie. Da ist eine Tröte. Hätte auch wegschauen können, der Feststoffbooster, naja. Ach so, da haben wir noch zwei Plätze frei. Gut, dann machen wir das gerade noch, dass wir da nochmal zwei mitnehmen. Wir haben natürlich wieder kein Lager aufgebaut. Das ist ganz schlecht. Und, äh, warte mal. Was ist vorne am Wagen? Ist doch irgendwas dran dann noch. Was war denn das? Stromverlängerung, okay. So, jetzt müssen wir noch zweimal Grafit haben, oder? Warte mal, ich geh mal ein Stück zurück. Dann kann ich den Glaube platzen lassen, oder? Muss nur aufpassen, dass ich nicht in der Nähe bin. Davon geht nämlich dann Gefahrglaube aus, wenn ich daneben stehe, ne? Was brauche er hier eigentlich? Strom. Na ja. Der ist jetzt im Rucksack übernommen. Einer ist noch frei. Okay, jetzt ist erledigt. Gut, das heißt, aufsetzen und die Kiste drehen und gucken, dass wir wieder zurückkommen. Äh, sind wir hier langgefahren? Ja, aber nicht hier oben rüber. Okay. Irgendwie haben wir es geschafft. Gut, äh, ja. Wir haben auf jeden Fall unser Grafit gefunden. Das ist schon mal gut. Und jetzt zurück zur Basis und alles wird gut. Aber wir müssten hier mal pläppen alles, damit wir nicht so Schwierigkeiten haben beim Fahren. stellen wir mal gerade aus. Machen wir gerade C. So, da kommen wir auch nebenher, wenn, ne? Steigen wir ins Auto. Jetzt geht auch die Sonne auf, wunderbar, ne? So, einmal absteigen. Den Verpacker konnte ich glaube im Rucksack bauen, oder? Hämmer, Aussichtsmodus, Baueranpassung, Baueranpassung, Dynamit, Flutlicht. Verpacker, da ist er. Zack. Können wir noch einen machen? Hier, vier Stück machen wir. So. Wo ist denn der vierte jetzt hin? Eins, zwei, drei. Habe ich jetzt nur drei gemacht? Ah, ne, da liegt er. Jut. E weg. Verpacker hier draufgepackt. Und packen. Und, äh, den mitnehmen. Und da dranne machen. Und hier lag der zweite. Kriege ich den auch noch drauf? Ja. Lass den mal hier liegen, weil wir haben ja noch einen hier. Und der wird auch verpackt. So, dann da dranne. Und, was ist das hier für ein Ding? Forschungsprobe. Sollten wir Ammonium mitnehmen? Ich glaube, Ammonium müssen wir nicht mitnehmen, oder? Aber warum ist es dann da dran? Hat es einen Grund? Ich weiß es nicht. Eigentlich müssten wir Lateriden mitnehmen, oder? Äh, Wolfram. Hätten wir jetzt auch gar nicht da, oder wie sehe ich das? Ja, hier ist es ziemlich Chaos, oder? Keramik, Aluminium, Wolfram ist gar nicht da. Komm, wir nehmen den so mit, wie er ist. Hoffe, dass wir ein nächstes Mal auf der Landeplattform landen können. Und dann geht es da runter, oder? Okay, jetzt können wir den besser tragen. Dralo hatte mir das ja gesagt, mit F drücken, und meistens ging das nicht. Keine Ahnung warum. Jetzt sind wir hier unten auf jeden Fall. Können das Ding hier abstellen. Nehmen das da raus. Machen das nicht so einzeln da rein, sondern gleich das ganze Lager da rein. Jetzt so. Passt. Wir können das ganze Werk betreten. Haben noch Starts, zwei Stück. Oh, ob das klappt. Egal, wir fliegen jetzt nach Silvia. Ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig gemacht, ne? Aber Es war doch jetzt erst mal wichtig, dass wir, ne? Da hinkommen. Reise nach Silvia. Nachbarplaneten. Was war das gerade? Und wo ist jetzt unsere Plattform? Ich sehe nichts, alles wolkig. Was ist das da? Da kommt's. Ich weiß nicht, was ist hier? Hier, hier müssen wir hin. Oder da? Da. Landeplatz Heimatbasis. Zack. Und gelandet. Sind wir wieder da. Null Starts, alles klar. Und wir sind raus. Und können jetzt hier unser Lager rausnehmen. Packen das mal hier hin. Was ist das hier? Schon eine Schubdüse? Ja, Festtupfschubdüse. Passt. Aber wir müssen erst die alte Kiste rausschmeißen. Ah so, warte, die ist noch verpackt, ne? Ja, hat gut geklappt, ne? Ich wollte die da eigentlich drunter schrauben. So, da haben wir wieder vier Starts. Wo ist jetzt unsere Ladung? Da. Ich hätte gern das ganze Rack gehabt. Ja. Und wo müssen wir forschen? Hier, das heißt da hin. Das heißt... Das heißt... Nee, das war doof. Nicht in den Rucksack packen. Auspacken. Länger drücken. Und dann da rein. Jetzt ist er dran. So, äh... Ja, keine Ahnung, warum das jetzt mitgekommen ist. Arz... Arz... Habe ich jetzt eingepackt. Das brauche ich alles klar nicht. Rucksack ist geklärt. Jetzt können wir hier noch gerade die weitere Forschung vorantreiben, indem wir jetzt zum Beispiel das Ding auspacken. Wo ist das Forschungsding jetzt? Da. Passt der da auch drauf? Ja. Wo ist jetzt? Hey, jetzt habe ich die Orientierung verloren, oder? Nee, da steht er doch. So, das ist auch eine Forschungsprobe. Die kommt da hin. Und das hier ist auch eine Forschungsprobe. Die kommt auch da hin. Warte mal, wenn ich den jetzt runternehme, ne? Und kann ich den öffnen. Und kann ich den dann... Da draufpacken und öffnen. Ja, geht. Super. Das heißt, der kommt erstmal da hin. Der kommt da hin. Und der kommt da hin. Ammonium kommt da weg. Und... Ich weiß gar nicht, der... Kann man den auch vor... Durch Wurzelsamen kann man den forschen. Wenn, dann würden wir das machen. Das ist gar kein Ding. So, das bleibt da. Haben wir das erstmal hingekriegt hier, oder? Jetzt sind wir hier und jetzt müssen wir dann weitergucken. Ich würde jetzt aber sagen, machen wir erst wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an. Kriegt dann mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.